In unserer Ausstellung Fürstliche Geschenke hier in Schloss Belvedere zeigen wir Ihnen sieben ganz besondere Exponate, die eine einzigartige und spannende Geschichte erzählen. Es handelt sich um sechs großformatige, prunkvolle Vasen und einen meisterhaften Maltenporzellantisch. Diese Objekte stammen aus der Porzellanmanufaktur in Berlin und aus der Porzellanmanufaktur St. Petersburg und Kamen um die Mitte des 19. Jahrhunderts hier nach Weimar. Es handelt sich um ganz besondere Familiengeschenke an Maria Pavlovner.